Son, where'd you find this? AAAAAAAH Walla, ich hab euch geballert. Nach langer Zeit hab ich mich wieder mal gewagt, meiner Leidenschaft hinterher zu gehen. Und das ist Minecraft. AAAAAAAH Ich hab mir grad den Penis eingeklemmt. Ähm, ja, ich fang jetzt einfach mal an, über ein Thema zu reden, was mich... Was mir schon seit einer gewissen Zeit auf die Eier drückt. AAAAAH Leute, ich hab ne Enderpelle, ich geh in die Mitte. Ähm, ähm, ich mach ja nichts. Kannst du bitte, ähm, kannst du bitte schnell in die Mitte kommen. Von jeder Seite werd ich grad angegriffen. Äh, es leckt. AAAAAH AAAAAH Geh, 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 AAAAAH AAAAAH Ich war schon? Oh mein Gott, ich hab mein Herz. Wie bei uns, wie bei uns. Baut du, du kleine Kanacke, baut du. Ups, nix, 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 nix. Ähm, neaaain! Jetzt suchen die TNT. AAAAAH Neonazi Geh verrecken du Hurensohn Oh mein Gott MLG AHHHHH DUUUUU Ich muss aufhören rum zu schreien Ich riskiere noch ne Anzeige mann Scheiße mein Minecraft ist abgestürzt Kennt ihr das wenn ihr ein Eis in der Hand habt? Ein rotes Eis auf die E-Zeit Übergewichtig Euch wie ein richtig cooler YouTuber fühlt Das habe ich gerade AHHHHH Du Husensohn Junge guck dir das mal an Den kann kein Eis essen und gleichzeitig zocken Ob es mir auch egal Ja Easy du Husensohn AHHHHH